9. Dezember, wunderschönen guten Tag, ich bin ein bisschen spät auf dem Weg ins Büro. Das hier ist ein Apple Watch Doc und es nennt sich Fortee und es gehört, meiner Meinung nach, zu einem der besser aussehenden Kandidaten. Die Uhr hängt leicht erhöht, wenn man beispielsweise im Badezimmer seine Uhr lädt, dann möchte man nicht unbedingt das auf Wasserhöhe tun. Das Doc erschien nicht gleich in den ersten Wochen der Apple Watch, sondern als schon bekannt war, dass mit Firmware 2.0 ein Nachtmodus kommt. Wenn man die Uhr nämlich ein seitliches Format dreht, dann kann man einen Wecker haben, eine Uhrzeitanzeige und das berücksichtigt das Doc. Einen Apple Watch Ladekabel muss man selbst mitbringen. Wer viel reist, für den ist das kein Doc hier, weil man das Kabel hier nicht oft rein- und rausfriemeln möchte. Der Plastikring, der so ein bisschen aluminiumhaft aussieht, ist leider ein Plastikring und das ist nicht so schön. Ansonsten ist es aber ein sehr toll verarbeitetes Doc, an dem ich wenig auszusetzen habe. Wer einen Doc an sich für seine Uhr möchte, das ist ein Kandidat, den ich gewillt bin vorzustellen. Und dann aber auch ein bisschen ausgesucht. Wer einen dabei, den hat der Kandidat auf dem Kandidat ist aber auch so schön und kandidat nach der Seite. Und dann schauen wir uns doch ein bisschen nachyamar und einen Kandidat auf den Kandidat.